Musik Ja, wir befinden uns heute hier im Famila-Wechler-Center zur Wahl der Miss Oldenburg. Wir haben neun charmante Damen, die sich hier bei uns auf der Bühne präsentieren. Die Kriterien lagen einmal jetzt Interview, Präsentation, wie haben sich die Damen gekleidet und in der zweiten Runde sollte man natürlich die Figur bewerten. Ich gebe den Titel natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab. Ich hatte ein wunderschönes Jahr, es war ganz, ganz toll. Ich habe so viel erlebt und ich wünsche meiner Nachfolgerin jetzt genauso viel Glück und dass sie auch so ein tolles Jahr erlebt. Und ja, ich bin sicher, es wird eine tolle Nachfolgerin gefunden. Miss Oldenburg 2015 heute die Samstag gewinnt. Mit 315 Punkten. Nach dem Leben hier der Startgumro 8 Katharina Kiesel. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde das total toll. Ich komme ja aus Hude, also ist ja auch ein Stadtteil von Oldenburg. Und ja, ich hätte da niemals mitgerechnet, überhaupt unter die ersten drei zu kommen. Also ich bin sowas von überrascht und ich freue mich total. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.